So, die Ruinen. Eine Fragezeichen durch erhalten. Erster Dungeon hier wohl anscheinend. Diese Tür wird nicht öffnen. Wir müssen die Kugel in die Hand nehmen. Hey, Kirito hat auch in diesem Schiff auf den Weg gebracht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht in die Hand habe. Die Karte? Vielleicht... Wie ist das? Hier, vielleicht ist es hier die Karte. Da gibt es noch was zum Looten. Da gibt es noch einen Schwerpunkt für die Dungeon zu移ern. Ich glaube, dass wir mit diesem Schwerpunkt ein wichtiges Spiel haben. Kann man hier auch fliegen? Ne, ne? Ne, hier kann man nicht fliegen. Hier in Dungeons wohl nicht. Kann hier keinen Flugmodus einschalten. Was haben wir hier? Scharfe Klaue. Oh, Tür versperrt. Ah! Jetzt sind die lauter Schalter und dann kommen hier auch noch Monster vor. Au! Au! Ah, die Tür. Die Tür wohl anscheinend nicht. Kann man nochmal... Soja, das ist dieser Limmel. Wieso können wir in Magie wirken? Aber auch in Magie ist saustark. Das ist sehr cool. Das Tor hat sich geöffnet, aber wir kommen hier nicht durch. Weil da noch die Wächter stehen. So, da haben wir schon... Die Statue bewegt sich. Nein! Die Tür schließt sich. Nein! Hier sind wir eingesperrt. Na. Okay. Die Tür ist richtig. Eine Schatztruhe. Da, 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 da. Blut. Blut braucht die Welt. Blutkristall. Ja, sehr nice. Was haben wir denn hier? Schlüssel der Macht. Blutkristall. Sehr schön. Ich trotte mich mal! Proven wir uns mal diesen Boss machen. Urug. kümmern wir mich jetzt mal um die ads und dann um den boss oder ja kommen wir auf den boss jetzt ein sehr schön Hahaha, ne, der erste Boss war wirklich nicht schwer. Oh. Also, ich habe keine Art von Schrauben gesehen. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann etwas anderes verwenden. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, dass ich die Anzeige schrauben habe. Ja, ich habe es kurz gesehen. Also, diese Sprache, ich kann es nicht so drauf. Was diese Sprache… ist das eine Art Art? Ich kann es nicht so aufgeben. Das ist eine Art 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 Sprache. Ich kann es nicht so aufgeben, aber ich weiß, dass diese Art auf dem Weg steht. Das ist das Kabel, das für die Menschen zu verhaken. So, du hältst ein altes Buch und einen alten Schlüssel So, das war es jetzt mal von den... Es ist ein wirklicher Dungeon Es gab zwar davor auch schon so die Höhle und so Aber, ja, ich wollte schon mal diesen Dungeon hier mal zeigen Und ich werde auf jeden Fall noch weitere Dungeons hier zeigen Und auch natürlich Bosse, die ihr hier auch noch erleben werdet Und außerdem, ja, denke ich mal, irgendwann auch mal PvP Und alle solche ganzen Sachen hier, auch selber hier vom Raid und so Mal sehen, was hier noch alles so auf uns erwartet hier in Lost Song Danke auch für's Zuschauen Und ja, lasst ja gerne selber Feedback da, wie ihr Lost Song findet Und ja Danke auch für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer JiggaTobi Und rein Und rein Und gerne Bis zum nächsten Mal